Dieses Jahr können wir uns schon auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland freuen und der chinesische Hersteller BYD verdrängt VW als Autopartner dazu im eigenen Land. Warum das eine Wende für den europäischen Automobilmarkt und die Fußball-Europameisterschaft bedeuten kann, das zeigen wir euch heute in den News. Außerdem, Tesla senkt radikal die Preise, der Elektro-GTI kommt, der Aparz 600E und der Landskia Y wurden als Erlkönige erwischt und am Ende der Sendung gibt es wie gewohnt unser Gewinnspiel mit dem Kommentar der Woche, wo ihr jede Woche eines unserer tollen Amazon-Produkte gewinnen könnt. Ihr wisst ja, Auto-Abos sind eine relativ neue Erscheinung, aber sinnvoll, gerade wenn es um Elektro-Autos geht. Denn durch ein Abo eines neuen oder auch gebrauchten E-Autos, was bei InstaDrive jetzt möglich ist, habt ihr keine Restwertsorgen und auch keine Sorgen wegen des Akkus. Ein All-Inclusive-Abo wie InstaDrive bietet auch noch zusätzlich die Vorteile, dass bereits alles in einer monatlichen Rate abgedeckt ist, sprich die Auto-Anmeldung, die Vollkaskoversicherung, die Wartung, die Winterbereifung, Garantie, Autobahn-Maut, wenn es eine gibt und Förderungen. Ihr könnt also ganz einfach sorgenfrei All-Inclusive-Auto fahren, nur den Strom, den müsst ihr selbst laden. Das Team von InstaDrive, das berät euch auch gerne zu Fragen rund um Elektro-Autos, denn hier gibt es viele Modelle von verschiedenen Automarken. Wenn ihr also wissen wollt, welches E-Auto eigentlich zu euch passt, dann könnt ihr auf der Website dazu einen Online-Quiz machen oder ihr ruft ganz einfach an und lasst euch kostenlos von einem unserer Experten beraten. Den Link zur Website, den gibt es hier oben und die Telefonnummer, die findet ihr hier unten. Willkommen zum ersten Thema. B.O.R.D. schießt VW aus der Fußball-EM. Ja, heute haben wir tolle News für alle unsere Fußballfans, denn im Jahr 2024 startet die 17. Fußball-Europameisterschaft und ausgetragen wird sie in Deutschland. Üblicherweise sind bei diesen reichweitenstarken Meisterschaften immer große und bekannte Unternehmen als Sponsoren am Start, darunter auch immer eine bekannte Automarke als Partner, womit dann Spieler, Promis, Veranstalter chauffiert werden, aber wo auch Werbespots gezeigt werden. Als offizieller Sponsor einer solchen Europameisterschaft aufzutreten, ist aber nicht nur eine Markenbotschaft, sondern auch ein knallhartes Statement. Die letzte EM wurde 2021 ausgetragen und Volkswagen hat damals als offizieller Partner in Stadien und auf unzähligen Fernsehgeräten in ganz Europa für Präsenz und Aufmerksamkeit gesorgt. Dieses Jahr ist die Fußball-EM in Deutschland und ausgerechnet der neue chinesische Elektroautohersteller BYD verdrängt Volkswagen als Sponsor des Mega-Events im eigenen Land. BYD steht ja für Build Your Dreams. Den Namen finde ich eigentlich ganz cool. Auch die Autos sehen gut aus, muss man sagen, und sie setzen jetzt als Sponsor der Fußball-EM ein klares Statement. Wir sind gekommen, um den europäischen Automobilmarkt zu besetzen. Chinesische Autos, die waren für uns bisher eher weniger interessant, auch selten vertreten, muss man sagen. Aber das Elektroauto ändert, wie so vieles andere, alles. BYD ist mittlerweile der zweitgrößte Automobilhersteller der Welt. Wenn man lediglich auf die Absatzzahlen von Elektroautos schaut und hat als reiner Batteriehersteller begonnen und bringt dementsprechend auch das richtige Know-how mit. Platz 1 nimmt nach wie vor Tesla ein mit den meistverkauften E-Autos. Absolut betrachtet kommt BYD jedoch nicht mal in den Top 10 der größten Automobilhersteller vor. Toyota und VW, die wechseln sich ja hier Jahr für Jahr manchmal auch noch des Öfteren schon mit Platz 1 der größten Automobilhersteller der Welt ab. Aber was passiert, wenn in Europa nur noch E-Autos zugelassen werden dürfen? Derzeit ist ja 2035 Schluss mit Verbrennern. In Europa und der China-Hersteller BYD, der trifft derzeit starke Entscheidungen, um einen großen Marktanteil am heimischen und europäischen Automobilmarkt hier einzuhamstern. Immerhin wird BYD den Bekanntheitsgrad mit der Fußball-EB drastisch steigern können, schätze ich mal. Denn in jeder Werbepause werden BYD-Werbespots laufen und nach einer neuen Studie zufolge ist es 55% der E-Auto-Käufer nicht mal wichtig, von welcher Marke ihr neues E-Auto kommt, wenn es ihre Bedürfnisse erfüllt. BYD ist derzeit, kann man sagen, noch unbekannt oder eher unbekannt, kann aber mit den Preisen und Reichweiten ihrer Autos auf jeden Fall punkten. Die EM 2024 könnte somit einen Wendepunkt für die Marke in Europa darstellen. Ich verlinke euch diese Studie nochmal in der Videobeschreibung, falls ihr sie nachlesen wollt. Bei der vorletzten EM 2016 waren übrigens Hyundai und Kia die Autosponsoren, genau wie auch 2012 und 2008 in Österreich und in der Schweiz. 2021 hat VW, Kia und Hyundai verdrängt und nun ist BYD am Zug. Wenn man tiefer in die Gedanken der Veranstalter der Fußball-EM eintaucht, ist auch ein Wendepunkt in der EM an sich zu erkennen. Denn die EM 2024 soll die nachhaltigste EM aller Zeiten werden und BYD ist in Europa nur mit Elektroautos vertreten und rundet diesen Nachhaltigkeitsgedanken hier schön ab. Neben dem Fokus auf einem E-Auto-Hersteller bei den Sponsoren achtet UEFA auch besonders auf ermäßigte Bahntickets für die Anreise, erneuerbare Energien für die Versorgung der Stadien oder auch Mehrwegbecher bei der Gastronomie. Nachhaltigkeit wird also tatsächlich groß geschrieben bei der Deutschland-EM 2024. Was sagt ihr zu diesen Entwicklungen? Ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, sondern VW wieder als Autopartner, gerade bei der EM in Deutschland gesehen. Ja, immerhin hat ja VW auch eine eigene Elektromodellreihe, hätte also meines Erachtens auch gut dazu gepasst. Schreibt mir also eure Gedanken in die Kommentare und abonniert den Kanal InstaDriver, falls ihr uns noch nicht kennt. Wir haben nämlich immer die neuesten Nachrichten, Neuigkeiten und Updates rund um Elektroautos und der Automobilwelt, speziell eben auf den Fokus Elektroautos, Batterien und Reichweiten. Schlagzeilen der Woche. Die wichtigsten Schlagzeilen dieser Woche sind, Suzuki will Elektroautos in Indien bauen. NIO erhöht in Deutschland auf 50 Servicewerkstätten. Ihr wisst ja, bei einem neuen Autohersteller ist es besonders wichtig darauf zu achten, dass man auch in der Nähe einen Händlerpartner bzw. einen Werkstattpartner, Servicepartner findet, um das Auto warten zu lassen, servicieren zu lassen bzw. auch einen Ansprechpartner hat, wenn irgendetwas defekt sein sollte. Volkswagen soll mit Feststoffakkus von Blue Solutions liebäugeln und Toyota plant vorerst kein kleines und günstiges Elektroauto und schließt sich damit nicht den vielen anderen Herstellern an, die mit 2024 erstarrten, günstige E-Autos für um die 25.000 Euro und manchmal auch darunter auf den Markt zu bringen. VW bringt den ID.3 nun auch in einer leistungsstarken GTX-Variante auf den Markt. Den Golf GTI Elektro sozusagen. Den ID.4 und 5 gibt es ja bereits als GTX. Da ist dann auch gleich Allradantrieb mit dabei. Die Besonderheit des ID.3 GTX wird sein, dass er trotz GTX-Bezeichnung weiterhin nur an der Hinterachse angetrieben wird. Das könnte Spaß machen, würde ich mal sagen. Voraussichtlich wird er den neuen starken Antrieb des ID.7 erhalten, welcher bis zu 286 PS leistet, nur an der Hinterachse eben. Damit wird es der ID.3 GTX gut mit dem bisherigen Golf GTI aufnehmen. Was meint ihr? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Tesla senkt radikal die Preise. 5.000 Euro bei allen Model Y-Varianten in Österreich. 1.000 Euro bis 5.000 Euro in Deutschland. Aktuell ist das günstige Model Y in Deutschland somit für nur 42.990 Euro zu haben, wo noch die Behördengebühr dazukommt. In Österreich dagegen kostet das Model Y derzeit nur 40.590 Euro plus Gebühren. Wir schauen uns noch unsere Erlkönige der Woche an. Abarth hat sich den Fiat 600E vorgenommen und macht ihn zum sportlichen Abarth 600E. Die optischen Unterscheidungsmerkmale betreffen vor allem einen anderen Grill an der Front, sowie eine sportlichere Stoßstange. Änderungen gibt es auch an den Radkästen. Die sind nun breiter, sowie am Heck in Form eines sportlicheren Diffusors. Einen genauen Termin für die Markteinführung gibt es allerdings noch nicht. Vom neuen Launcher Y hatten wir euch vor kurzem noch Teaserfotos gezeigt und nun gibt es das Auto bereits ungetan zu sehen. Optisch sieht er gut aus, größenmäßig im Bereich des Opel Corsa E und Peugeot E 208. Damit wird er auch technisch gleich auftreten, also mit 51 Kilowattstunden Netto-Akku, 100 Kilowatt Schnellladen und wohl rund 400 Kilometer WLTP-Reichweite. Alright, kommen wir nun zu unserem Gewinnspiel mit dem Kommentar der Woche. Hier gewinnt diesmal der User Enrico Marcinkowski, ich hoffe ich spreche das richtig aus, mit diesem eingeblendeten Kommentar unter unserem Video Talk TCNF, wo wir ja auch über die Weiterführung der Förderungen von Elektroautos gesprochen haben. Hast du gewonnen? Danke für deinen Kommentar Enrico, du gewinnst eines unserer großen Mikrofasertücher für viele Einsatzzwecke. Ihr seht, die sind richtig fantastisch und schick uns bitte deine Adresse an insider.insta-drive.com und wir schicken dir deinen Gewinn zu. Danke an alle, die kommentiert haben, auch nächste Woche habt ihr wieder die Chance auf eines unserer tollen Amazon-Produkte. Was InstaDrive hier bereits alles anbietet, findet ihr unter diesem Link. Ich bin Matthias, kurz Mate und verabschiede mich mit den Worten, schaltet ein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi! 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 Ahoi!